Hallo, heute erklären wir euch anhand eines Beispiels, was eigentlich klassische Konditionierung ist. Also fangen wir an. Wie kommt es dazu, dass man seinen Wecker mit Angst assoziiert? Wer kennt nicht das Gefühl? Von seinem Wecker aus einem fantastischen Traum erweckt zu werden, gerade dann, wenn man sich so froh in seinem Bett fühlt. Schuldig ist hier zumeist der Wecker und seine Lautstärke. Hier spricht man von einer Konditionierung erster Ordnung, welche stattfindet. Ein neutraler, aber auffälliger Reiz, der Klingelton, trifft auf die Reaktion des Aufwachen. Die Reaktion und der Reiz müssen verbunden werden, um die Konditionierung auszulösen oder zu entwickeln. Dann wird der Ton des Weckers mit dem Gefühl, häufig dem Schrecken oder der Angst belegt, wird also negativ empfunden. Dies ist die erste Konditionierung, weil man beginnt, den Wecker mit Angst zu verbinden. Auch ist es so, dass wenn wir unseren Weckerton in den Momenten, in denen er uns nichts anhaben kann, hören, trotzdem mit einer negativen Reaktion verknüpfen und auf diesen reagieren. Dies gilt auch für ähnliche Geräusche, die mit derselben Reaktion und unsererseits verknüpft werden. Hier spricht man von einer Übergeneralisierung, heißt auch ähnliche Töne werden mit etwas Negativen assoziiert. Jedoch kann es auch zu einer Reizdiskriminierung kommen, wobei vielleicht tiefere laute Weckertöne nicht mehr dieselbe Angstreaktion auslösen, wie der gewohnte helle Klingelton, da die Konditionierung immer präziser wird mit der Zeit. Ein weiterer Begriff hier ist die Löschung. Das bedeutet, dass wenn man längere Zeit den Reiz, aber nicht die gekoppelte Reaktion bekommt, also zum Beispiel den Wecker regelmäßig am Tag und nicht am Morgen hört, kann auch die Reaktion, die wir damit verbinden, verschwinden. Diese kann aber schnell wieder aufgegriffen werden, bei einer Wiederherstellung der vorherigen Umstände. Die zweite Konditionierung besagt, dass eine neue Konditionierung auf einer bereits vorhandenen Reizreaktionskonditionierung aufgebaut werden kann. In diesem Fall könnte es sein, dass die bereits konditionierte Angst vor dem Wecker sich nun auch auf eine Angst vor der Schulzeit oder der Schule an sich ausweiten. Das Geräusch des Weckers hat zwar an sich nichts mit der Schulzeit zu tun, aber wird durch einen bereits konditionierten Reiz, hier der morgendliche Wecker, und dessen negative Reaktion durch wiederholtes Aufschrecken während der Schulzeit miteinander verbunden. Wir hoffen, euch hat unser kleines Lernvideo geholfen und wir wünschen euch viel Erfolg als zukünftiger Erzieher. Tschüss! Tschüss!